Hallo, meine Campus Challenge kommt aus New York. Ich danke der Elisabeth und dem Gary für die Einladung. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Gespielt von Gary Schuller. Jetzt sitz ich da in Übersee und krieg es haut noch mit. Wird auf einmal ganz empört, über den Trumpsieg reagiert. Und keiner wollte im Voraus glauben, dass sowas wirklich geschieht. Drum überlegt und lernst daraus, wer unser Krampus ist. Drum lädeln bitte, gehen wir's an, zusammen sind wir stark. Am vierten bitte wählen gehen, und zwar den Nikolaus. Na, öha, heut, das kommt die Nazl, den Krampus aber nicht. Was uns heißt, öha, heut, das kommt die Nazl, jetzt haben wir uns verwöhnt. Ja, öha, heut, das kommt die Nazl, wer hat den Herr bestückt. Am Ende hast höha, heut, das kommt die Nazl, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir uns verwöhnt. Gut, ich nominiere die Tanja Golden, den Roli Stonnek und den Joe Binkel. Also bitte, am vierten, zwölften wählen gehen. Toi, toi, toi. Bussi, baba.